Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Kulturwerke Deutschland. Ich bin Aline. Und ich bin Elisa. Und heute geben wir dir Tipps, wie du perfekt in das Auslandsjahr starten kannst. Fangen wir ganz von vorne an. Bei der Vorbereitung zu der Anreise ins Ausland ist der erste wichtige Tipp, dass du von allen deinen Dokumenten Kopien machst und diese Kopien dann auch mit ins Ausland nimmst. Zudem kannst du ein paar von diesen Kopien auch bei deinen Eltern zu Hause lassen, denn falls da irgendwas verloren gehen sollte, haben deine Eltern auch noch die Kopien zu Hause. Zu einem guten Start ins Ausland gehört natürlich auch, seinen Koffer sinnvoll zu packen. Hier ist es wichtig, dass du rechtzeitig damit anfängst, das Ganze zu planen. So kannst du Stress kurz vor der Abreise vermeiden. Was dir hier hilft, ist zum einen eine Packliste und zum anderen unser Erklärvideo rund um das Thema Koffer packen. Da bekommst du ganz viele Tipps von uns, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte und was man auf keinen Fall mitnehmen sollte. Ein weiterer Tipp ist natürlich, ein perfektes Gastgeschenk mitzunehmen. Hier kannst du beispielsweise ein deutsches Kochbuch mitnehmen oder eine Kleinigkeit aus deiner Region. Vielleicht hast du mit deiner Gastfamilie auch schon mal davor gesprochen und konntest da so ein bisschen herausfinden, was sie mögen und welche Interessen sie haben. Und vielleicht kannst du das Gastgeschenk dann einfach da auch ein bisschen drauf abstimmen. Wenn es dir möglich ist, kannst du auch noch eine kleine Verabschiedungsparty vor deiner Abreise feiern, denn so kannst du nochmal alle Freundinnen und Familienmitglieder auf einmal sehen, gemeinsam Bilder machen und nochmal irgendwie Erinnerungen schaffen, auf die du dann im Auslandseite zurückblicken kannst. So, nun kommen wir auch schon zu deiner Anreise. Connecte dich am besten vorher schon mal mit anderen Schülern und Schülerinnen über die Kulturwerke-Community. Hier kannst du beispielsweise Leute finden, die mit dir ins Softlanding Camp gehen, die vielleicht zur gleichen Zeit anreisen und sogar im selben Flieger sitzen. Und dann ist es auch alles ein bisschen entspannter, wenn man jemanden hat, mit dem man diese Erfahrung teilen kann. Wenn du im Gastland angekommen bist, wirst du natürlich auch das erste Mal auf deine Gastfamilie treffen. Hier ist es super wichtig, dass du ganz offen und freundlich bist, weil man muss sich natürlich erstmal kennenlernen, man ist vielleicht auch sehr nervös, also einfach so aufgeschlossen wie möglich sein, Stellfragen, damit du die Gastfamilie wirklich auch schnell kennenlernen kannst. Und es ist auch wichtig, dass du vor allem am Anfang viel Zeit mit deiner Gastfamilie verbringst, denn so könnt ihr euch schneller aneinander gewöhnen. Du solltest außerdem keine Angst haben, in der Sprache deines Gastlandes zu sprechen. Unser Tipp ist da, einfach drauf loszureden, denn selbst wenn du Fehler machst, versteht dich dein Gegenüber trotzdem. Und diese Fehler müssen dir auch nicht peinlich sein, weil die Leute wissen, dass du diese Sprache auch gerade erst lernst. Und außerdem muss man auch sagen, dass du die Sprache in den meisten Fällen sogar besser sprichst, als du denkst. Zu einem guten Start ins Auslandsjahr gehört natürlich auch ein erfolgreicher erster Schultag. Viele AustauschschülerInnen haben etwas Respekt vor diesem Tag, aber das brauchst du wirklich gar nicht haben, denn du wirst dich an all diese neuen Dinge wirklich auch schnell gewöhnen. Hier ist es wichtig, dass du dich einfach traust, Leute anzusprechen. Wenn du einen Raum nicht findest, wenn du dich vielleicht verlaufen hast, sprech die Leute dort einfach an. Die helfen dir sicherlich sehr gerne und finden es wahrscheinlich auch super interessant, dass du ein Ausdauerschüler, Ausdauerschülerin bist. Und so kannst du vielleicht auch schon erste Kontakte knüpfen. Eine Möglichkeit, schnell Freundschaften zu schließen, ist es auch, sich beim Sport oder im Club anzumelden. Denn dort findest du Leute, die dann auch die gleichen Interessen wie du haben. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, was viele AustauschschülerInnen vor der Abreise beschäftigt, und zwar ist das Heimweh. Man muss ganz klar sagen, dass jede Person anders mit Heimweh umgeht. Manchen hilft es, wenn sie weniger Kontakt zu FreundInnen und Familie haben. Andere finden es besser, wenn sie feste Termine zum Telefonieren oder zum FaceTime haben. Aber das beste Mittel gegen Heimweh ist ganz klar Ablenkung. Deswegen schau, dass du so viel wie möglich unternimmst und dass du zu den ganzen Möglichkeiten, die sich dir bieten, Ja sagst. Falls du irgendwelche Probleme oder Fragen haben solltest, kannst du dich entweder an deinen Local Coordinator oder Conditorin wenden oder an uns Kulturwecke Deutschland. Denn wir wollen genauso sehr wie du, dass dein Auslandsjahr perfekt wird. Und falls wir jetzt ein Interesse geweckt haben, ein Auslandsjahr zu machen, dann kontaktiere uns doch einfach und wir planen zusammen dein perfektes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.